Die Rentenerhöhung 2021 ist bekannt gegeben worden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Am 18. März 2020 hat das Bundesarbeitsministerium in einer Pressemitteilung Folgendes bekannt gegeben. Es gibt im Osten ab dem 1.7.2021 eine kleine Rentenerhöhung von 0,72%. Im Westen fällt im Jahr 2021 die Rentenerhöhung de facto aus. Also es gibt keine Rentenerhöhung im Westen. Wir hatten darauf noch etwas gehofft, aber es gibt wirklich keine Rentenerhöhung für die vielen Millionen westdeutschen Rentnerinnen und Rentner. Dafür gibt es aber die sogenannte Rentengarantie. Das heißt also, dass die Renten in den alten Bundesländern nicht gekürzt werden. Grund ist die negative Lohnentwicklung wegen der Corona-Pandemie. Und zwar ist das Vergleichsjahr das Jahr 2020. Die Löhne und Gehälter im Jahr 2020 haben sich im Vergleich zum Jahr 2019 um ca. 2,3% verringert. Und dann kommt auch noch der Dämpfungsfaktor hinzu, sodass wir ungefähr eine Rentenwertminderung von 3,25% hätten. Aber da es seit 2009 die Rentengarantie gibt, bleibt es also bei dem alten Rentenwert, der seit dem 1.7.2020 im Westen gilt. Und zwar 34,19 Euro für einen Entgeltpunkt. Leider kann ich Ihnen keine besseren Nachrichten geben. Wir werden im Westen keine Rentenerhöhung bekommen. Im Osten eine ganz kleine Rentenerhöhung von 0,72%. Wenn also ein Rentner im Osten 1.000 Euro Bruttorente hat, dann bekommt er 7,20 Euro mehr Bruttorente ab dem 1.7. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2021 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.